Bunt, fruchtig und unglaublich lecker. Bären sind ein wahres Superfood und können uns den Alltag enorm versüßen. Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Sanddornbeeren. Ach, ich muss aufhören, sonst plündere ich gleich die Obstabteilung. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Bären. Neben ihrem tollen Geschmack sind Bären auch noch unglaublich gesund und können im Rahmen einer gesunden Ernährung viel dazu beitragen, dass du gesünder wirst, dich wohler fühlst und sogar länger lebst. Tolle Sache, diese Bären, oder? Du willst wissen, welche konkreten Wirkungen Bären auf deinen Körper haben können? Perfekt! Denn genau darum geht es heute hier bei uns. Erstens, nur wenige Kalorien. Unabhängig davon, welche Bärensorte, alle davon haben nur sehr wenige Kalorien. Was das bedeutet? Ganz einfach. Du kannst Bären unglaublich einfach deiner Ernährungsweise hinzufügen oder sogar während einer Diät ohne Probleme zu dir nehmen. Mit Bären kannst du auch schneller schlank werden und somit deine Traumfigur noch leichter erreichen. Zweitens, reichhaltige Nährstoffe. Bären sind reich an Vitamin A, Vitamin C sowie Vitamin K und überzeugen in weiterer Folge auch mit einer Menge an Mangan, Magnesium und Zink. Das sind nur einige der zahlreichen Nährstoffe in unterschiedlichen Bären. Es sind nämlich noch viele mehr. Es gibt nur wenige Nahrungsmittel, mit denen du alle wichtigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente zu dir nehmen kannst und gleichzeitig nur sehr wenige Kalorien konsumierst. Drittens, viele Antioxidantien. Bären sind echte Antioxidantienhelden und können dadurch freie Radikale im Körper bekämpfen. Dadurch sinkt dein Risiko für eine Vielzahl an Krankheiten und du bleibst auch länger jung und gesund. Wie geht das? Ganz einfach. Antioxidantien sorgen dafür, dass deine Zellen möglichst lange frisch bleiben. Insbesondere Brombeeren, Himbeeren und Blaubeeren haben laut mehreren Studien enorm hohe Level an Antioxidantien und auch deutlich mehr als viele andere Früchte. Bärenessen lohnt sich also. Viertens, eine Menge an Ballaststoffen. Ballaststoffe sind extrem wichtig für deine Verdauung und können auch das Risiko für eine Vielzahl an Erkrankungen minimieren. Ballaststoffe bekämpfen zudem auch Heißhunger und können dich somit dabei unterstützen, weniger und gesünder zu essen. Gerade Bären sind dafür bekannt, über eine Menge an Ballaststoffen zu verfügen und eignen sich daher auch hervorragend für eine gesunde Ernährung. Durch die geringe Anzahl an Kohlenhydraten und Kalorien sind Bären insbesondere für Menschen hervorragend, die abnehmen und ihren Traumbudy erzielen wollen. Fünftens, positive Effekte auf den Blutzucker. Wissenschaftliche Studien haben herausgefunden, dass Bären deine Insulinsensitivität erhöhen und somit dazu beitragen können, dass du gesündere Blutzuckerlevel hast. In diesen Studien wurden insbesondere Bären-Smoothies verwendet. Denn die schmecken nicht nur unglaublich gut, sondern können auch mit einer großen Menge an Bären gemacht werden. Dadurch sind die positiven Effekte natürlich noch intensiver und du kannst dadurch die bestmöglichen gesundheitlichen Wirkungen erreichen. Tolle Sache, oder? Bären sind einfach ein absolutes Superfood. Was ist deine Lieblingsbäre? Isst du Bären bereits regelmäßig? Was hältst du von den tollen Effekten, die Bären auf deinen Körper haben können? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere am besten auch gleich die Glocke, damit du in Zukunft immer zuerst benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Besuche außerdem unseren neuen Kanal Blizzbow. Denn dort findest du jeden Tag neue und unglaublich interessante DIY- und Lifehack-Videos, bei denen du garantiert etwas lernen kannst. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen dir noch einen herausragenden Tag.